Österreich ist für Gott sehr, sehr wichtig, sehr wichtig. Gott liebt Österreicher, auch wenn sie Gott nicht lieben. Und letztes Mal, wie wir hier waren, haben wir ein Core-Team-Meeting gehabt. Wir wussten diese Zahlen nicht, es war auch nicht wirklich so wichtig für uns, es motiviert uns nur mehr für Gott zu tun. Und wir haben gebetet, da oben im Zimmer, und ich habe gehört, wie Jesus zu mir spricht. You know what he said? He said, ask me whatever you want. It was while all of us as leaders, Chris was there, many of you were there. We were worshiping, saying, God, touch Austria. Und wir haben angebetet und haben gesagt, Gott, berühre Österreich. And I heard as clear as I've heard Jesus said to me, ask me what you want. Und so klar wie es möglich ist, habe ich Jesus gehört und gesagt, bitte mich darum, was du willst. Now, I knew he wasn't saying, Ben, what do you, what does Ben want? Er hat, ich weiß genau, dass er nicht gesagt hat, Ben, was willst denn du als Ben? I would have asked for a wife or something else. Dann hätte ich vielleicht eine Frau wollen oder sowas. But I knew he was saying, ask me. Er hat gesagt, bitte mich. We were adoring God. Wir haben Gott angebetet. And the Lord said, ask me what you want. Und er hat gesagt, was willst du? Und der erste Gedanke, der in mein Herz gekommen ist, und ich habe es wirklich in meinem Herzen gehört, bis 20.000 neue Gläubige. And when I felt that, I could feel like these aren't just people that we don't know. Some of them are, but a lot of them are Christians, family members, and friends. And so I said it out loud. I said, God, we ask you for 20.000 people in 2019. And you know what I heard back? Like this, this is how the Lord spoke. Und hier hat Gott gesprochen zu mir. You have what you've asked for. Er sagt, du hast, worum du gebeten hast. When God says to you, you have what you've asked for, what does that mean? Wenn Gott sagt, du hast das, worum du gebetet hast, was heißt das? It means it will happen. Das heißt, es wird passieren. Right? Stimmt's? Okay. So, if the Lord wants to add another 20.000 or more believers to his family. Das heißt, wenn Gott noch 20.000 Leute der Kirche zufügen will, oder noch mehr. I have to then position myself. Dann muss ich mich positionieren. If Chris said to me, Ben, I'm delivering a package full of food to your house. It's going to be there at 3 p.m. tomorrow. Wenn Chris sagen würde, Ben, ich habe eine Box mit Essen, die werde ich um drei am Nachmittag morgen zu dir bringen, zum Haus. I need to position myself. Dann muss ich mich natürlich positionieren. If he says, I'll drop it at your door. Und wenn er sagt, ich werde es bei deiner Türe ablegen. I need to open the door. Dann muss ich natürlich die Türe aufmachen. Take the food. Muss ich das Essen nehmen. And bring it into my house. Doesn't it make you rise up with this thing like, this isn't right, that the enemy would be able to blind so many people. It motivates me. It makes me think of the guy that we met 20 minutes ago. Es motiviert mich. Wir haben ja vor 20 Minuten mit diesem Burschen gesprochen. Remy, right? Randy? Okay. Remis or something. But we met him 20 minutes ago. We end up praying for him. Er ist von irgendeinem anderen Glauben. Aber er war vier Wochen in einem Koma. Und er hat gesagt, in seinem Koma hat er die Stimme Gottes gehört. Und wir haben gesagt, wir kennen diese Stimme. Er heißt Jesus. Jesus hat einen großen Plan für dein Leben. Und wir haben gefragt, ob wir für ihn beten dürfen. Und er hat gesagt, ja. Also haben wir für ihn gebetet. Und ich habe gesagt, bete mit mir. Jesus, come into my life. Open mein Herz. Und er hat gebetet. Es sind Menschen wie er. Die warten darauf, dass wir kommen. Das sind diese 20.000. Oder mehr. Die Gott wirklich will. Aber ich glaube, der Herr möchte uns auch was fragen. Kümmern wir uns auch um diese? Jeder von uns würde wahrscheinlich ja sagen. Aber die Welt, unser Leben lenkt uns ab. Wir haben Familien. Wir haben Kinder. Wir haben einen Job. Wir haben auch Leidenschaft in der Kirche. Wir haben all diese Dinge. Und manchmal ist es sogar das Letzte, woran wir denken. Ist, dass wir sagen, wie kann mein Leben jemanden anderen beeinflussen, der Jesus noch nicht kennt. Ich spüre wirklich ein heiliges Feuer von Gott für diese Nation. Es steht die Ernte bereit. Die Menschen sind mehr bereit, Jesus zu empfangen, als wir glauben. Aber Gott will uns wirklich herausfordern. Er will uns wirklich heilige Motivation geben. Meine Freundin Tracy Evans hat Kirchengeschichte studiert. Und sie hat gesehen, dass jedes Land, das heruntergefallen ist, jede christliche Nation, wo die Kirche abgenommen hat über die Jahre, der eine Faktor, der zusammen gleich war, war, dass Christen aufgehört haben, über ihren Glauben mit anderen zu reden. In Europa können wir uns auf zwei verschiedene Arten und Weisen anschauen. Wir können sagen, es ist echt schwierig hier. Es werden nicht viele bekehrt. Genau. Wir sollten eigentlich lachen darüber. Es ist gar nicht schwierig für Gott, Menschen zu erretten. I'll ask you a question. Are you saved? Yes. Good. Ja. Ist gut. Are you? Du? Yes. Are you both Austrians? Seid sie beide Österreicher? I'm not. Oh, okay. Are you? Yes, I am. Are you? Yes. Are you saved? Yes. Wow, God, how did you do this? Wie hast du das gemacht, Gott, dass die zwei errettet sind, obwohl sie Österreicher sind? Austrians sind leicht für Gott, aber Gott will Partnerschaft. Es gibt zwei Arten und Weisen, wie man das anschauen kann. Eins ist durch die Souveränität Gottes. Gott wird erretten, wen auch immer er retten will. Wenn ich das als Anfang habe, hat in unserem Team jemand, der die Statistiken macht, der hat gesagt, im Jahr 2016 sind 1,6 Millionen Leute aus der Kirche ausgetreten, dann ist souverän offensichtlich, so, dass Gott Europäer nicht mag. Wenn du die letzten 50 Jahre in Europa anschaust, ist es so, dass in den meisten Kirchen die letzten 50 Jahre eine massive Abnahme ist. Also wenn ich glaube, dass Gott souverän ist, dann muss ich davon ausgehen, dass er ja nicht will, dass viele Europäer sich bekehren. Wenn ich ein Evangeliumssichtweise nehme, ich habe Jesus, der mir ins Gesicht schaut, sagen, Ben, geh in ganz Österreich herum, predige, wer ich bin, zeige ihnen das Evangelium, lade die Menschen zu mir hin, lass so viele wie möglich zur Hochzeit kommen, wie möglich. Bring deinen Bruder, der nicht begehrt ist, deinen besten Freund. Dann ist meine Ernte bereit, meine Ernte ist bereit, aber die Arbeiter sind weniger. Es gibt nur zwei Arten und Weisen. Entweder Gott will Österreicher nicht erretten, oder Gott wartet auf Menschen, die mit ihm eine Partnerschaft eingehen. Welches glaubt ihr, ist es? Was ist das? Ich nehme Nummer zwei. Nummer zwei? Okay, gut. Ich denke, du bist korrekt. Du wirst ein Auto für das. Du wirst ein Auto, du hast gewonnen. Das ist korrekt. Du wirst ein Auto und kannst predigen gehen. Der Gott liebt die Österreicher. Gott liebt die Österreicher. Schau dir diesen wunderschönen Mann an. Und diese unglaubliche Frau. Und dein Leben. Und dein Leben. Und dein Leben. Er hat euch gefunden. Aber manchmal ist es so, dass Gott ja wirklich auch souverän Menschen beherrscht. Da schnappt er dich ohne, dass zwischendrin ein Mittelsmann ist oder irgendjemand ist. Er holt dich einfach. Aber der größte Teil von uns hatte jemanden in seinem Leben, der von Jesus Christus einfach erzählt hat. Ich werde es dir beweisen. Wisst ihr, die stärksten Christen, die ich kenne? Das sind die betenden Mütter. Wenn du eine betende Mutter hast, kannst du gleich nach vorkommen und dich vor Gott niederlegen. Du kannst dich gleich auf dein Gesicht werfen und sagen, ich gebe auf. Lebe deine Hand, wenn deine Mutter in deinem Leben einen wichtigen Teil hatte, dass du errettet wurdest. Oh, look at how many hands. Schau dir das an. Look how many. Schau, wie viele Hände. 80% von denen, die hier sitzen. Look at this whole row. Die ganze Reihe. All five. Alle fünf. What does that mean? Was heißt das? It means God had a partner on the earth. Das heißt, Gott hatte auf der Erde eine Partnerschaft. Some of God's greatest weapons and most willing weapons are mothers. Manche Werkzeuge, die Gott am meisten verwendet und die willigsten Werkzeuge Gottes sind oft Mütter, die beten. Why do Mums always have to do all the work? What if the whole church said yes? What if you said yes? You said yes. You're not a mother, for sure. Not yet. He said not yet. Noch nicht, ja. Not ever, I hope. Ich hoffe nie. You'll be a good dad. You're not a mother. You definitely aren't a mother. Du sicher nicht. But what if you said yes? Aber was wenn du ja sagen würdest? What if it was just one friend? Was wenn es nur ein Freund ist? Who you go to school with? Der in die Schule geht mit dir. You've been great friends with him for years? Und seit vielen Jahren schon Freunde. But for some reason, we've never invited him to God. How precious is his soul? Wie wertvoll ist seine Seele? Was ist der Wert einer menschlichen Seele? Wollt ihr herausfinden? Schau das in den Spiegel an. Gott hat dich errettet. Gott hat dich so sehr gelegt. Dass er sich darum gekümmert hat, stehen zu bleiben für dein Leben. Im Hesekiel steht, dass er dich blutverschmiert gefunden hat. Und in dem Mutterleib hat er dich gefunden. Und hat dich auserwählt. Gott hat nicht nur uns gewählt. Er hat aber auch deinen noch nicht christlichen Bruder gewählt. Deinen atheistischen Vater hat er ausgesucht. Sein Kreuz war für jeden einzelnen Österreicher, der in Österreich lebt. Stimmt das? Österreich gehört Jesus. Aber wir müssen schon Ja sagen. Was sollen wir tun? Wir sollten uns vielleicht auch ein bisschen selber schlagen. Ich mache noch nicht genug für Gott. Das wird uns motivieren, oder? Nein, gib bitte. Nein, gib bitte. Das ist right. Keine Chance. Was sollen wir wirklich tun? Wisst ihr, warum Gott das Wort Awakening bei uns in unserem Dienst verwendet hat? Weil wir nämlich wach sein müssen, um das zu sehen, was Gott sieht. Wenn mein Christentum Sonntag-Mittwoch-Christentum ist, dann schlafe ich eigentlich nicht. Wenn wir ins Café gehen, und da waren wir ja auch vorher. Und holen uns einen kleinen Cappuccino zum Mitnehmen. Und eine Nusschnecke bitte. Und eine Nusschnecke. Das haben wir vorher gehabt. Und dann sehen wir Remy. Und nur für einen Moment waren unsere Augen offen für diesen jungen Mann. kann das die gesamte Geschichte und auch die Zukunft eines Menschen verändern. Die Ewigkeit verändern. Reinhard Bonnke hat gesagt, die zwei Beine von dem Evangelium sind Gebet und das Evangelium verkünden. Wenn du ein Bein wegnimmst, dann fällt dieser Tisch um. Wenn du Gebet rausnimmst. Wenn unser Leben nicht intim mit Gott ist. Und hat nicht diesen Fluss des Heiligen Geistes. Hat nicht eine Tiefe. Aber wenn du auch wegnimmst das Evangelisieren. Dann wird unsere Geschichte trocken. Dieses lebendige Wasser, das aus uns fließen sollte, hört auf zu fließen. Und dann werden wir zurückhaltend. Und ich weiß, dass keiner hier in diesem Zimmer so sein will. Das heißt, was hält uns davon ab, Österreich zu erretten? Worum geht es jetzt? Was fehlt uns noch? Ich möchte zwei oder drei Sachen ansprechen, wo ich glaube, dass das wirklich signifikant ist. Und dann möchte ich Awakening erklären. Zwei von drei Sachen sind diese. Nummer eins, was ich sehe. Man sagt, es ist kulturell nicht normal, in Europa Menschen auf der Straße aufzuhalten. Bist du dir sicher? Entschuldigung? Nein, nein, nein. Mein ist Karamell Latte. Okay, you don't have Karamell Latte. In the cafe. Im Kaffeehaus. When the woman's making the wrong coffee. Wenn die Frau den Faschenkaffee tut. Nein, 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 nein. Nicht Latte. Mein ist the Cappuccino, bitte. Dann sagst du meiner. Ja, exactly. Mine is the Cappuccino, not the Caramell Latte. You know what that's called? You know what that's called? Weißt du was das? Is das talking? Das heißt sprechen. You know where you talk? Das heißt, wenn du sprichst. In Austria. In Österreich. That same mouth could easily say. Entschuldigung. Jesus liebt dich. Die gleiche Stimme könnte sagen. Excuse me, Jesus loves you. Very easy. Das ist ganz einfach. What's so hard about that? Was ist daran so schwer? One guy told me, he goes, oh Ben. Einer hat zu mir gesagt, hey Ben. This form of evangelism doesn't work in Europe. Diese Art von Evangelisation funktioniert in Europa gar nicht. The Holy Spirit answered me when he was talking. I can't remember exactly where it was. But he said, what would Jesus do if he lived in Österreich? He goes, Entschuldigung. Das ist nicht normal, but I love you. It's not normal. Ich liebe dich und geht weg. Who's our role model? Wer ist unser Beispiel? Jesus. I hope you say Jesus. Jesus. Was würde Jesus tun, wenn er in einem Café in Wien sitzen würde? Speak to the people. Er würde mit den Menschen sprechen. Love on the people. Er würde sie lieben. Pray for the people. Er würde für sie beten. It's a lie. About culture. Es ist eine Lüge, wenn es um Kultur geht. Satan established that lie. Satan hat diese Lüge etabliert. All over Europe, wherever we go. They think the culture is different here. Ganz Europa, wo auch immer wir hingehen, glauben die Leute, dass in Europa die Kultur einfach anders ist. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Don't submit to the world's culture. You submit to Jesus' culture. Sei untertan der Kultur Jesus und nicht dieser Welt. Not the band. Nicht Jesus' culture, die band. Ordne dich Jesus' culture unter in deinem Herzen. True. Stimmt, oder? You're Austrian second. You're Christian first. Du bist zweitens Österreicher. Zuerst bist du Christ. Second thing. Das Zweite. The fear of man. Ist Menschenfurcht. Entschuldigen Sie bitte. Excuse me. Was? What? I'm sorry. Es tut mir leid. Or we go up to people who like a Christian penguin. Oder wir gehen wie diese christlichen Penguene auf die Menschen zu. At the football, we're like, yeah! Beim Fußballmatch, da schreien wir. Christians, I've seen them go to the football. They paint their face like Braveheart. Und ich sehe, dass Christen, die zum Fußballmatch gehen, die malen sich an wie Braveheart. Oh, they're very bold. Dann sind sie sehr mutig. What's their favorite band? Oh, I love that band. Unsere Lieblingsband, da reden wir dann laut drüber. God speaks to you. Tell that person about me. Sag ihm Bescheid über mich. Excuse me, Jesus loves you. The fear of people's opinion. Why would you care what people think? See your face? God made it. No one else made it. See your hair? Good hair. God made your hair. If someone said, I don't like your hair. Wenn jemand sagen würde, ich mag deine Haare nicht. They didn't make it. Who cares? Sie haben es nicht gemacht. Das ist völlig egal. Well, I don't like. You're not allowed to talk to me about Jesus. Du darfst nicht über Jesus mit mir reden. Yes, I am. Und dann sage ich, doch, ich darf. Yesterday, someone, we were talking about cakes. Cake. Gestern haben wir über Kuchen gesprochen. And this woman's like, oh yes, this passion fruit cake. Und als diese Frau gekommen hat, hat gesagt, ja, diese, diese passion fruit cake. This is so good, diese Torte. And I was like, yes, I was eating it. Und ich habe sie gegessen und gesagt, ja, ja, stimmt. This is great cake. This is great cake. We talked for at least one minute about cake. And I finished it and I went, excuse me, can I tell you something else? I want to tell you that Jesus cares about you so much. And she went, I'd like you to respect my privacy. And I didn't go, oh, I'm so sorry. I said, sweetheart, we just talked about cake. Ich habe gesagt, mein Schatz, du, wir haben gerade über Kuchen gesprochen. And we were fine with the cake. Und es war okay, mit dir über Kuchen zu sprechen. I mentioned Jesus. Ich wäre Jesus, ich erzähle über Jesus. And the cake doesn't taste so good now. Und plötzlich schmeckt der Kuchen nicht mehr so gut, gell? And she goes, I said, why are you upset? Und ich habe gesagt, warum bist du jetzt so besorgt? And then she calmed down, because she realized it was crazy. Und dann hat sie gemerkt, das stimmt ja gar nicht, das ist ja Blödsinn, was sie da denkt. Who cares how people react? Jesus wurde auch abgelehnt. Jesus wurde auch abgelehnt. I have a very wonderful prophecy for you. You will be rejected. Du wirst abgelehnt werden. It's a great word. It's a great word. It's very encouraging. It's very encouraging. Highly bless your life. It's a great word. Put on your wall, declare it. I will be rejected. Tu das auf deine Wand. Ich werde abgelehnt werden. Who cares? Es ist völlig egal. Wirst du leben, wenn es darum geht, diese fünf Sekunden, was ein Mensch von dir denkt, oder Millionen Gedanken, die Gott für dich hat? Most of you have no problem ordering coffee, talking about football, talking about a movie. It's only when Jesus comes that we get fearful. Die meisten von euch haben überhaupt kein Problem, über Kuchen zu sprechen, Filme oder was auch immer, es ist Fußball, aber dann, wenn es um Jesus geht, oh, da schrecken wir zurück. Why? Warum? It's so silly, isn't it? Es ist doch so dumm, oder? But why is it here? Aber warum ist es hier? I'd like to propose to you, I'd like to propose to you, the enemy has demonically attacked the church, it gives them a mindset of worry about what people think of them. So what do you do? Repent. Buße tun. Bye-bye, fear of man. Tschüss, Menschenfurcht. Leave your life free. Und lebst dann plötzlich frei. What does that create? Was wird dann erzeugt? Fruit. Frucht. The other day, I was trying to get Wi-Fi on my phone. Vor ein paar Tagen wollte ich Wi-Fi auf meinem Telefon haben. Standing there. Ich stehe dort. I just was trying to get Wi-Fi, free Wi-Fi. Ich wollte einfach umsonst dieses Wi-Fi haben. In the mall. Im Einkaufszentrum. I just glanced left. Und ich habe kurz nach links rüber geschaut. Ich stehe in einem Mann. Und der Herr spricht zu mir. Sprich mit diesem Mann. Okay. Ich habe gesagt, okay. Und er ist ein wirklich großer Mann. Ich habe gesagt, Entschuldigung. Und ich habe gesagt, was? Darf ich dich was fragen? Sure. Natürlich. Ich habe gesagt, das klingt vielleicht ungewöhnlich. Und ich habe gesagt, okay. Ich habe das Gefühl, ich möchte dir sagen, Jesus liebt dich und hat einen großen Plan für dein Leben. Und er sagt, this is, what a spin out. Und plötzlich ist er völlig durcheinander. Und ich habe gesagt, warum? Und er sagt, es ist völlig verrückt. Warum? Vor zwei Wochen hat jemand sein Auto aufgeladen. Auf der Straße. Auf der Straße. Ist aus dem Auto ausgestiegen. Ist zu mir gekommen. Und hat gesagt, Jesus liebt dich. Ich war der zweite Mann. Und ich habe gesagt, wow. Ich habe gesagt, are you a Christian? Bist du ein Christ? No. Und er hat gesagt, nein. Glaubst du an Gott? Nein, nicht wirklich. Ich habe gesagt, wie schaut es jetzt aus? Und er hat gesagt, actually, yes. Ja, eigentlich doch. Und er hat gesagt, so what are you going to do? Und er hat gesagt, well, I guess I should talk back to God. Ich habe gesagt, hey, coole Idee. Und ich habe gesagt, would you like me to pray for you? Yes. Ja. So I prayed for him right there in the mall. Und habe dort im Einkaufszentrum für ihn gebetet. Amen. Amen. And he tried to copy me. Amen. And then I said, would you like to go to church? He said, yes, but I'd like to go with you. Can I go with you personally? Sure. Und ich habe gesagt, ja, okay. So I gave you my phone number. Now we're texting. Don't tell me the gospel's hard. Sagen wir nicht, dass das Evangelium schwierig ist. The wheat are sticking up. Es ist die Ernte bereit. Yes, many will say, I don't want that. Ja, vielleicht werden viele sagen, das will ich nicht. Yes, many will reject. Viele werden euch ablehnen. But it's worth, it's not worth stopping telling one person because a few people might reject me. Aber es ist nicht wert aufzuhören einer Person was zu erzählen weil dich ein paar abgelehnt haben. Look at this girl. Schau dir diese Frau an. Come here. Komm mal kurz her. I'm sorry. Tut mir leid. Schau dir diese wunderschöne Frau an. Do you know her? Do you know these people? Kennst du die Leute? Not really. Where are you from? I'm from Czech Republic. Czech Republic. Awesome. Aus der Czechischen Republik. Okay. How long have you been saved? Wie lange bist du schon bekehrt? I was saved by one game. A game? Yeah. It was, it's really weird. I was saved by a game. It's very unusual. Did someone invite you somewhere? No, not really. You just played a game. It was, yeah. You just played a game. Praise God. I just played some game and after one week I just realized that I need to go to church. I just played a game and I realized that I need to go to church. And I didn't sleep all night. I didn't sleep all night. And this Sunday I just wasn't charged. And there just God touched me and I was crying a lot. And after I realized that I need to get baptized. This is amazing. What game was it? We all want to buy that game. What game was it? We all want to buy that game. No, it was RPG game. It was rolling playing games about Harry Potter. Ah, okay. God saved you through Harry Potter. God saved you through Harry Potter. Oh boy. Don't you stop playing Harry Potter to see if... Also spiel jetzt nicht Harry Potter um zu schauen, ob es funktioniert. God can use anything. God can use anything. Yeah. How old are you? Wie alt bist du? 17. 17. Can I ask you a question? Can I ask you guys a question? See her face? Seht ihr Gesicht? See how it's full of God? Do you think she's worth it? Glaubt sie, sie was wert? What if I told you 10 people would reject you but then you'd meet her? And you'd play a board game with her and she'd be saved. Would you do it? That's an incredible story. It's just a really crazy story for me. It's awesome. Thank you. Danke. Praise God. That's amazing. That's so cool. That's so cool. It trips me out. I love it. So, it should be worth it, right? It should be worth it, right? No fear of man. Keine Menschenfurcht. Today, repent to God. Say I'm sorry. Today, tu Buße. Sag, es tut mir leid. Ask him to forgive you. It's actually something we need to ask God to forgive us for. It's really something we need to ask God to forgive us for. You've got to say forgive me for caring what everyone thinks. more than you. And start small. When God tells you stop that person, don't do this. Don't go. Oh, that person. Don't do that. Just go up to them. Just go up to them. Entschuldigen Sie bitte. My name is Ben or whatever your name is. Jane. Sarah. Sarah. Wie auch immer. And say, I have a strange thing to tell you. And say, I have a strange thing to tell you. But just be real. Be raw with them. And say, I have really felt this on my heart. And say, I have really felt this on my heart. I want to tell you, that Jesus cares about you. I want to tell you, that Jesus cares about you. I've seen people bang, burst into tears. I've seen people bang, burst into tears. Or say, I saw you limping. Is there something wrong with you? Or say, I've seen, that you hinked. Stimmt irgendwas with your body not? It's really simple. It's really simple. Can I tell you honest thing? Honest? Really honest? I'm an evangelist. I'm an evangelist. I forgot, that my brother was going to hell. I forgot, that my brother was going to hell. I forgot, that my brother was not safe. Maybe forgot would be the wrong word. Maybe I would say this. I was so busy, that I blocked it out. Maybe I was so busy, that I blocked it out. My mom would ring me. Meine Mutter hat mich angerufen. Your brother's on drugs. Dein Bruder, der nimmt Drogen. That's not good. No, that's not good. I'd pray for 30 seconds. I'd pray for 30 seconds. And I wouldn't think of him for three weeks. And then I wouldn't think of him for three weeks. How does the heart get like that? Wie kann ein Herz so werden? People could say, well, that's not my main gift. Vielleicht können Leute sagen, das ist nicht meine Hauptgabe. That's an excuse. That's an excuse. If I came to church and said, I don't feel like worshiping, when I came to church and said, I don't feel like worshiping, because I'm not a musician and it's not my main gift. Because I'm not a musician and it's not my main gift. to tell God that your heart be in me for someone isn't my gift is a very strange statement. It's like telling that your lungs that breathing isn't natural. It's like when you do your lungs and say, that's atmen not normal is. Is God in your heart? What does God care about most? What does God care about most? He cares about you. He cares about you. Doesn't he? made your face. He made your face. What is God's number one priority on the earth? What is God's oberste Priority here on the earth? People. It's not a greater government. It's not a better banking system. It's not a better banking system. It's not a better banking system. The root, the tree is God loving people. Denn die Wurzel des Baumes is that God the people loves people. All the branches of a better government, better family system, better infrastructure, all their little branches coming off the root. Sadly, some of us live up here on a branch and we promote the branch and we never find the heart of God for people. God loves Österreich. He loves your unsaved daughter. We need to love them. Otherwise, we're not motivated by love. We're motivated by works and it doesn't work. My heart was, my eyes were closed to my brother. My heart was, my eyes were closed to my brother. I can't say to God, God, save Austria. I can't say to God, God, save Austria. Unless my heart is in the prayer. When my heart is in the prayer. Why would we pray, if our hearts aren't in the prayer? Why would we pray, if our hearts aren't in the prayer? If Chris says, I have neck pain, and I don't pray, expecting an answer with my heart in it, why would I even bother praying? God wants your unsaved family. God will, that your not-bekehrt family to him. He wants your best friend. He even wants the boss, that's hard to work with. How do you know, that boss doesn't have a Christian sister who's praying for him? So what can we do? What can we do? How do you get this thing to go, how do you get it all higher? I'll force myself to love them. Discipline is the lowest form of discipleship. Discipline is the lowest. Down here somewhere. Das ist irgendwo da unten. But Discipline is not a bad start. What did the word of God say? Jesus was moved with compassion. How do you say that? Mitgefühl. Mitgefühl. Jesus was moved with compassion, not Discipline. So you say, God, give me two or three people. Give me two or three people. 2018, 2019. That you want to save through my life. Through my life. And when he shows you, and when it shows you, you're like, I've got it. That is it, you go to your kitchen, I mean, bathroom. You go to your kitchen, Where you brush your teeth every night. Where you brush your teeth every night. And you get a pen. And then you get a pen. And then you get a pen. Sharpie. And then adding. Yeah, adding. Exactly, adding. Exactly. Good pens. Good pens. You get one of them. And you write their name. Und schreibst den Namen drauf. On the mirror. Auf den Spiegel. Every night. Jeden Abend. Jesus, save my sister. Jesus, hol dir meine Schwester. God, get her. God, errette sie. Bring people to her. Bring Menschen zu ihr. We live in a distracted and busy world. We live in a distracted and busy world. You need to have it before your eyes. You need to have it before your eyes. That's why God said, write the vision down to Habakkuk. Ich habe gesagt, schreibe die Vision nieder. Amen? Aber bevor du das hast, oder während du das startest, musst du aber auch sagen, Herr, gib mir ein Herz für die österreichische Nation. Für die österreichische. Viele von euch, oder die meisten von euch in diesem Raum haben wirklich ein riesen Herz für Österreich. Vielleicht sind mehrere von euch Pastoren, die ein Herz für österreichische Gläubige haben. Die Pastoren, die Priester, die müssen wir feiern, die ein Herz für die Leute in der Gemeinde, in der Kirche haben. All we need to do is add the heart for the lost. Aber unsere Aufgabe ist, dass wir nur das Herz dazu tun, das für die Verlorenen ist. Amen? Amen? Also hier ist mein Rat an euch. Do everything I said. Tu alles, was ich gesagt habe. Ich mache nur Scherzen. Aber eigentlich doch nicht. Bitte Gott. Gib mir ein Herz für die Österreicher. Lass dein Herz in mir schlagen. Und wenn du in eine Kirche gehst oder die Leute, die du leitest, dann bring ihnen das Gleiche bei. Oder eine zweite Möglichkeit gibt es noch. Wir können nur christliche Konferenzen haben die nächsten zehn Jahre und hoffen, dass alles besser wird. Das klingt viel lustiger, oder? Mein Bruder war auf seinem Motorrad. Er ging von einer ganz normalen Straße hier. 120 Kilometer pro Stunde. Das Motorrad hat sich gedreht. Er ist rückwärts in der Luft geflogen. Mit dem Motorrad. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon jeden Tag für ihn gebetet, wenn mein Herz weit offen war. Und die Zukunft war in meinem Herzen bereits drinnen. Ist die Ewigkeit deiner Schwester in deinem Herzen drinnen? Gott kann sie dir geben. Gott will wirklich, dass sie errettet werden. Er ist durch einen Baum durchgeflogen. Es war ein kleiner Baum. Er hat mit dem Motorrad in diesen Baum hineingeflogen. Er hat mit dem Rücken den Baum getroffen. Er war weit weg von Gott. Mein ganzes Gebet jeden Tag, wo ich seinen Namen gesehen habe. Sein Gesicht auf meinem Telefon. Hol' ihn dir, Jesus. Hol' ihn dir, Jesus. Das ist alles, was ich gebetet habe. Frag einmal nach, wer der erste war, den er angerufen hat nach dem Unfall. Mich. Mein Bruder ist jetzt ein Pastor. Jede Woche sagt mein Bruder, Menschen von Jesus, erzählt ihr das von Jesus. Wir können das in Österreich machen. Österreich wird errettet werden. Wir können sehen, wie das Evangelium sich ausbreitet in Österreich. Nächstes Jahr, in diesem Event, I dream and think about the big outreach. There's 10.000 people walking around me and telling people about Jesus. Kannst du dir das vorstellen? 10.000 Menschen. Entschuldigen Sie bitte. 10.000 Menschen. Entschuldigen Sie bitte. Darf ich für Sie beten? Jesus liebt ihn. Du bist schon der Fünfte heute, wenn er es sagt. Für meinen Freund vor ein paar Tagen braucht es nur zwei. Die Ernte ist reif. Lasst uns einfach Ja sagen zu Gott. Es ist wirklich einfach, denn es ist Gott in uns. Machst du? Make sense? Let me pray for you, okay? Gott, hilf. Hilf uns, Herr. Wir bitten dich, Herr. Ich ermutige dich, da mitzubeten, wenn du wirklich übereinstimmst. Gott, ich bitte dich, dass du mein Herz erweckst. Mache mein Herz für ein oder zwei Personen auf, die du erretten willst durch mein Leben in diesem nächsten Jahr. Gott, gib mir ein Herz für die Verlorenen. Hilf mir aufzuwachen. Durchzubrechen durch die Müdigkeit, die Ablenkung, Menschenfurcht. Brich durch diese kulturellen Hindernisse. Und ich bete, dass der Mut, den mir Gott gegeben hat, der auf euch kommt, dass der Herr euch stark und mächtig verwenden würde. Ich bete im Namen Jesus, dass Gott durch dein Leben bewegt. Und dass tausende Österreicher errettet werden. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Amen.